Seit 2017 waren Mimi Fiedler und Otto Steiner ein Paar. Vor kurzem haben sie sich getrennt. Damit konnte die Schauspielerin zunächst nicht gut umgehen. Sie erzählt private Details von ihrem Leben nach der Trennung. Liederbach, nach ihrer Trennung war die bekannte Schauspielerin Mimi Fiedler, 48, am Boden zerstört. Vier Jahre lang führte sie mit ihrem Ex-Partner Otto Steiner, 60, eine Ehe, nachdem sich das Paar im Oktober 2017 kennengelernt hatte. Erst vor wenigen Wochen verkündeten die beiden dann das Ende ihrer Beziehung. In einem Interview mit »Bunte« sprach die TV-Darstellerin jetzt offen. Und ehrlich darüber, wie es ihr nach der Trennung ergangen ist. Mimi Fiedler ging es gar nicht gut. Schauspielerin war »leer geweint«. Meine Hündin musste eingeschläfert werden. Meine Eltern sind nach 50 Jahren Deutschland zurückgekehrt nach Dalmatien. Meine Ehe ist vorbei, berichtet sie. Vor ihrem Auszug aus dem gemeinsamen Heim mit Steiner sei ihr alles sehr schwer gefallen. Die Schauspielerin habe einfach nur noch »funktioniert«. Das änderte sich mit dem Einzug in ihre neue Wohnung. Dort habe sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können. Ich bin jeden Morgen weinend aufgewacht, jeden Abend weinend eingeschlafen, zwischendrin habe ich auch nur geheult. Die Tage hätten sich endlos angefühlt. Irgendwann war ich dann leer geweint, erzählt die ehemalige »Tatort«-Darstellerin. Nach Ehe aus, Mimi Fiedler richtet ihren Blick nach vorne. Mittlerweile könne die Schauspielerin ihrer Trennung jedoch auch positive Seiten abgewinnen. So habe sie gelernt, sich auf sich selbst verlassen zu können. Ganz gleich, wie stürmisch mein Leben ist, ich bin mein eigener Schutzraum. Das ist ein großartiges Gefühl, erkennt Fiedler. Mittlerweile würde es ihr auch wieder besser gehen. Jetzt, in diesem Moment, fühle ich mich so gut. Richtig, richtig gut. Aktuell würde sie keinen Kontakt zu ihrem Ex-Ehemann Steiner pflegen, und das auch nicht wollen, verriet Fiedler noch.